Ich erkläre euch jetzt meine Ausrüstung, die ich morgen auf die G-Tour mitnehme und da fangen wir gleich mal an beim Rucksack. Ich habe jetzt hier ein 25 Liter Modell. Das ist jetzt nicht der größte, aber für die Morgik-Tour reicht er sicher. Wenn ich jetzt eine längere Tour mache, dann nehme ich oben einen größeren Rucksack mit, aber meine Rucksack sind nie größer als 35, maximal 40 Liter. Ich habe immer in meinem Rucksack Sommer wie Winter ein Erst-Hilfe-Paket und einen Biwaksack. Beim Erst-Hilfe-Paket lege ich darauf, dass ich etwas für den Wärmeerhalt habe. Das heißt, eine Rettungs-Decke und da habe ich nicht noch eine, sondern da habe ich gleich drei mit, weil mit einer Rettungs-Decke kann man viele coole Sachen machen. Dann habe ich etwas zum Fixieren mit, also Roller-Tape, um irgendeine Verletzung oder Schuhe oder irgendetwas zu flicken. Und ich habe noch etwas zum Wundenversorgen. Das ist jetzt ein Verbands-Paket, ein sehr spezielles. Das ist vakuumverpackt, nennt man Israeli Bandage, konters der taktischen Rettung. Da werde ich im Militär viel verwendet und ist sehr universell einsetzbar. Und natürlich habe ich auch etwas drin für den Selbstschutz. Ein paar Handschuhe oder Beatmungsmasken, damit wenn mal etwas ist, dass ich mich selbst so schützen kann. Weiter habe ich in meinem Erstenhilfe-Pak immer eine gute Schere, ein Multi-Tool, einen Bleistift, ein paar Schnürchen, ein paar Dröte und Kabelbinder. Beim Biwarksack habe ich einen Zweimann-Biwarksack. Das ist jetzt ein großes, stabiles Teil. Es gibt auch kleinere, ganz leichte Biwarksäcke. Davon bin ich kein Freund. Weil wenn ich einen Biwarksack brauche, dann ist es immer im Notfall oder in einer Situation, in der ich froh bin, ich habe etwas Stabiles dabei. Und darum habe ich immer einen doppelten Biwarksack, der aus stabilem Material ist. Der Nachteil, es ist ein bisschen größer, aber er bringt mir auch viel mehr im Notfall. Im Winter ist im Rucksack immer drin, die Lawinenschaufel und die Sonde. Das gehört zur Notfallausrüstung dazu. Genauso wie das LVS-Gerät. Das träge ich allerdings mit dem Tragesystem am Körper. Witter habe ich zwei Paar Handschuhe dabei. Von denen ist es ein bisschen dünner und das andere ein bisschen dickeres Paar. Das sind zum Beispiel ganz normale Mountainbike Handschuhe. Und so als Beispiel, man muss nicht immer nur Skihandschuhe kaufen, sondern man kann auch mal aus einem anderen Sportart etwas verwenden. Also dünne Mountainbike Handschuhe und dicke Skihandschuhe. Die habe ich entweder in den Hosentaschen oder ich habe sie an meinen Händen und die habe ich im Rucksack oder ich verwende sie sowieso, weil es kalt ist. Ich habe meistens eine Wollmütze dabei, eine Kappe und ein Schlauchband, so ein Schlauchtuch, dass ich es im Hals mal warm habe oder als Kappersatz oder auch wenn es mal ganz kalt ist, dass ich es über die Nase auch verzühren kann. Was noch in meinem Rucksack ist, das sind jetzt so Spezialsachen. Ich habe immer einen Schraubenzücher mit, wenn ich etwas Technisches habe, also wie Ski und Ski-Bindungen oder was, wenn irgendetwas kaputt geht. Also einen Schraubenzücher, mit dem ich mal ein paar Schraubenzücher habe. So ein Skifix, die sind ganz praktisch. Da kann ich alles Mögliche zusammenbinden, da kann ich alles Mögliche fixieren. Die helfen in vielen Situationen. Da habe ich noch ein Päckchen dabei, falls unser Fell einmal nicht gut klebt. Da habe ich so ein doppeltseitiges Klebeband für Felle. Das ist eine super Sache, das hat mir schon viele Mal etwas genützt. Und wenn das Fell stallt, ein Fell wächst, dass man regelmäßig das Fell einwachsen kann, dass wir keine Stollen haben. Wenn wir schon beim Fell gewesen sind, das habe ich erst gerade eingewaxt. Das ist morgen sowieso auf meinem Ski drauf. Also muss ich nicht mittragen, das habe ich am Ski. Und die Haare schießen, die habe ich nicht in einem extra Sack, sondern die habe ich hier so zusammengeklemmt. Den brauchen sie weniger Platz und klimpern nicht so im Rucksack. Und solange die Fell nicht drauf haben, kann ich die Haare schießen und gut zu den Fell dazu abpacken. Den brauchen sie weniger Platz. Ich habe immer eine Karte vom betreffenden Gebiet, wo ich gerade unterwegs bin dabei. Also eine analoge Karte und natürlich eine digitale Karte mit einem Handy. Wenn das Handy mal leer ist, dann kann ich auf die analoge Karte noch gut zurückgreifen. Weiters der Sonnenschutz, Brille und Lippen und Gesichtscreme, also Sonnencreme. Ich habe dann meistens Trockenfrüchte und ein paar Nüsse dabei. Oder mal ein Müsli-Riegel oder eine Schokolade. Manchmal auch ein Jausebrot. Für morgen habe ich jetzt zum Trinken meine Edelstahlflasche bekommen. Das ist keine isolierte Flasche, sondern da fülle ich einfach am Morgen einen warmen Tee ein. Und bis Mittag ist es kalt. Aber bis Mittag ist das Wetter eh so warm, dass es nichts mehr macht. Wenn es jetzt ganz kalt ist, dann habe ich auch gerne eine Thermosflasche mit. Weil die relativ klein ist, habe ich da noch eine zweite mit, die ganz praktisch ist, weil die braucht keinen Platz, wenn sie leer ist. Was ziehe ich an? Ich habe hier Merino-Sack, Skisack aus Merino wollen. Da hat Merino den Vorteil zur Synthetik, dass es schneller trocknet und auch nicht so schnell stinkt. Oft einmal sind wir bergführende zwei, drei, vier Tage unterwegs. Und da macht es durchaus Sinn, dass man auch mal drei Tage das gleiche T-Shirt auch hat. Ansonsten habe ich immer ein Wechsel-T-Shirt mit. Das habe ich im Rucksack. So kann ich immer ein bisschen duschen, kann das eh nicht mal waschen und wieder aufhinken, zum drücken. Als zweite Schicht über das Unterliebe habe ich meistens auch wieder Merino an der Pulli, der mit einem Kragen ist, also dass ich schön offen zumachen kann, aber auch einen Reißverschluss, um gut zu belüften. Das ist ein langer Arm, ein bisschen dicker, auch wieder Merino, weil es fein warm ist und wird den Schweiß gut absondert. An kalten Tag verwende ich eine lange Unterhose, ebenfalls als Merino, die ist aber ganz dünn. Am Körper habe ich dann meine Gore-Tex-Hose, drei Lagen Gore-Tex-Hose mit Lüftungsschlitzen an der Seite und Hosenträger, damit ich sie nicht verliere. Und als Windschutz eine Gore-Tex-Jacke, die man ganz gut in der Kapuze verstauen kann, dem braucht sie weniger Platz im Rucksack. Als wärmende Schicht unter die Gore-Tex-Jacke verwende ich eine sogenannte Primaloft, die ist relativ klein zusammenlegbar und gibt aber super warm, wenn ich einen Windschutz darüber kann. So gehe ich bei der Skitour, macht es Sinn, dass man einen Helm mitnimmt. Zum Helm passen die Skibrille, da muss ich aber ehrlich sagen, die habe ich nicht immer mit, oft habe ich nur die Sonnenbrille mit und den Helm hänge ich im Rucksack draußen dran. Und jetzt probieren wir mal, ob das also im Rucksack Platz hat. Jetzt gehe ich noch kurz ein bisschen auf den Rucksack hin. Ich habe hier jetzt meinen 25 Liter Rucksack gepackt, der ist gut zu tragen, ist relativ kompakt und klein, aber ich habe nicht mehr Platz für noch mehr. Wenn ich jetzt auf einer längeren Tour bin, dann habe ich einen Rucksack, der ist bis 35 Liter groß, der jetzt 36 Liter. Da habe ich ein paar Befestigungsmöglichkeiten, mehrere Fächer, eine größere Deckeltasche und bringe deutlich mehr Sachen ein. Also das wären jetzt die zwei von der Größe her. Für Tagestouren ist der absolut ausreichend, für mehr Tagestouren nehme ich den etwas Größeres. Ein weiteres Rucksackmodell ist so etwas wie der ABS da. Das ist ein Rucksack, der eine Auslöseeinheit hat und da die Ballons auskomme, wenn ich den Auslöser ziehe. Das ist ein System, das manche verwenden, um zusätzliche Sicherheit zu generieren. Ich sage das ein bisschen differenzierter, weil wir dürfen uns nicht durch das System beeinflussen lassen in unserer Entscheidung und da müssen wir uns ganz genau damit beschäftigen, wann und wo wir das verwenden. Ich verwende zum Beispiel einen ABS oder einen Rucksack mit Ballonsystem gerne beim Freeriden, weil ich da viel schneller unterwegs bin, viel weniger Zeit habe mir etwas zum überlegen und beim Skitouren verzichte ich gerne darauf, weil ich da viel langsamer unterwegs bin und viel bewusster das Gelände beurteilen kann. Gut, soviel zu meinen Rucksäcken, was ich so dabei habe. Jetzt, Christoph, hast du da noch etwas zu sagen? Ja natürlich, Lukas. Heute habe ich einen Teufel geschwitzt und nach der Tour nehmen wir für die Skischuhe die Innenschuhe raus und dann ziehe ich sie und dann lege ich sie in die Sonne und dann tue sie den Heizraum und nachher sind die Morgen wieder gedrucken und nachher habe ich in der Früh wieder einen feinen Schub zum Gerben. Perfekt, ja was? Tipptopp. Dann gehen wir zugelegen. Ja, jetzt haben wir uns nieder, höchste Zeit. Morgen müssen wir mal früh auch. Wann starten wir? Halb sechs. Boah, ich bin zu spät bei der Hitze. Starten wir um halb fünf. Ah, weil früh auch starten wir. Jetzt wieder zum Ende der Mittel saufen. Auf Wiedersehen. Entaissez- арeserdeck. Ingrid erhöhen. Oh. Fill in. hat feuig season. etc ideas.